Lange war es still um sie, nun hat sich ein Mitglied der Familie Wollny zurückgemeldet und ihr Comeback angekündigt. Seit 2011 teilen die Wollnys ihr Leben im TV mit den RTLZWEI-Zuschauerinnen und Zuschauern. Seit die letzte Folge der 17. Staffel im November 2023 über die Bildschirme flimmerte, warten die Fans aber auf Nachschub in Form neuer Folgen. Zu allem Überfluss war es zuletzt auch noch ungewöhnlich still um die Wollnys, was ihre Social-Media-Aktivitäten betraf. Auch die 21-jährige Estefania Wollny bildete keine Ausnahme. Bis auf Werbung kam auch von ihr in den letzten Wochen wenig. Zuletzt überraschte die sonst so aktive Social-Media-Nutzerin immerhin mit einem aktuellen Video inklusive einer Neuerung. Danach war wieder Sendepause, die Fans mussten erneut auf Updates und Neuigkeiten von ihr verzichten. Die treuen Follower von Estefania fragten sich, was mit der jungen Sängerin passiert war. Doch nun gibt es endlich gute Nachrichten, denn Estefania hat sich zurückgemeldet. Estefania Wollny habe mich sehr, sehr lange nicht mehr gemeldet. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe mich ja sehr, sehr lange nicht mehr gemeldet, gesteht die Blondine in ihrer Instagram-Story, bevor sie erklärt, dass ihre Pause zwar geplant war, aber dann doch länger dauerte, als beabsichtigt. Ich habe mir eine etwas größere Pause gegönnt, die dann doch etwas größer geworden ist, als sie eigentlich werden sollte, so Estefania weiter. Doch sie hat auch eine gute Entschuldigung für ihre Abwesenheit parat. Sie plant nämlich, ihre Musikkarriere wieder in Schwung zu bringen und brauchte genau dafür Ruhe und Freiraum. Estefania Wollny, die man zunächst nur in der RTL-2-Sendung Die Wollnys, eine schrecklich große Familie zu sehen bekam, hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als aufstrebende Musikerin einen Namen gemacht. Obwohl sie 2019 in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, DSDS, nicht weit kam, hat sie ihre Leidenschaft für die Musik nie aufgegeben. Jetzt, nach ihrer längeren Instagram-Pause, kündigte sie an, es wird auch musikalisch wieder ein bisschen weitergehen. Die Nachricht von Estefanias Comeback in der Musikszene dürfte ihre 507.000 Instagram-Follower begeistern. Viele von ihnen hatten sich vermutlich ohnehin gefragt, was nach Erscheinen des Albums 21 das nächste Projekt sein würde. Die Wollnys starten bald in Staffel 18. Estefania Wollny wird ebenfalls in den neuen Folgen dabei sein. Und nicht nur das, Estefania versprach auch, auf Instagram wieder aktiver zu sein und sich öfter bei ihren Fans zu melden. Ich hoffe, ihr habt da natürlich genauso viel Bock drauf, wie ich Bock habe, euch wieder mehr mitzunehmen, versichert sie. Es scheint, als könnten ihre Fans sich in nächster Zeit auf regelmäßige Updates sowohl aus ihrem persönlichen Leben als auch aus ihrer musikalischen Karriere freuen. Ich hoffe, ihr habt da natürlich auch noch ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020